Lebst du noch, Angel? Oder bist du eingeschlafen? Gute Nacht Doktor. Gehab dich wohl. Ich bin jetzt mal auf Solo-Game gewechselt. Vielleicht kriegt man da mehr XP. Da steht übrigens Waiting for Other Challengers. Vielleicht kann man da ja zusammenspielen. Eher gegeneinander. Ja, aber so halb zusammen. Boah, ich wäre jetzt das erste Mal besiegt worden. Da sind richtig viele gleich in dieser Arena. In welcher Arena? Du bist jetzt gleich in der Arena. Du kannst vielen Spielern. Ach, warst du auch im Solo-Match? Ja. Alter! Kommst du denn her? Das kann ich nicht craften. Craften. Wie krieg ich denn neue Klamotten an? Du musst auf B drücken und dann kannst du Sachen craften. Wie craftet habe ich die angeblich? Und dann sind sie unten in der Leiste drin. Oder? Ja, aber wie ziehe ich sie an? Ne, das sind passive Sachen. Ja, aber meine Klamotten sind jetzt kaputt. Ich stehe jetzt hier halt nicht rum. Also Items kannst du über die Tasten machen. Eins, zwei, drei. Ja, zwei, drei. Ja, zwei, drei. Ja, zwei, drei. Ja, drei, drei. Ja, zwei, drei. hast du es jetzt geschafft mit deiner armor hast du es rausgefunden das ist gewonnen es ist es es ist es es ist es es ist es ist Töte sie alle! Und wie überlebt man hier? Wie lange dauert das Ganze denn? Ich weiß nicht, ich glaube es war bei mir zu Ende, nachdem ich sieben Leute umgebracht habe oder so. Ich habe schon neun Leute? Ja, Knockdown ist neun. Zehn. Elf. 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 ich glaube es ist das was man schaffen muss durch 13 umgebracht und 6 und noch da oder und der schweiz aufgelaufen also wenn die bogenschützen kommen wird es richtig nervig jetzt der kreis weg jetzt muss ich da hinten hin ach hier gibt es auch noch eine quest schild guard da muss man auf m drücken auf map da stehen dann auch noch quests schild 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 Okay. Was habe ich denn jetzt gebastelt? Ah, in die Richtung muss ich. Einer noch. Nee, das war der letzte. Gewonnen! Okay, ein bisschen mehr XP kriegt man dadurch, ja. Und ein paar Items. Was spielst du jetzt gerade? Äh, wieder die Solo. Also Solo? Ja. Okay. 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 The green will be mine. Ich bin jetzt hier. Ahem. Vielen Dank. Okay, okay. 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 Die nun nicht immer weglaufen würden. 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 Die nun nicht 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 weglaufen würden. Das war's für heute. Chinesisch sprechende Zwerge sind komisch. Reaktioniere Zwerge sind komisch. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Ja. Geh! Den Schliff auf dich! Geh! 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 Der Berg ist voll. Echt? Das geht auf, ja? Äh, ja. Ich guck gerade, ob ich hier irgendwas machen kann noch mit meinem ganzen Zeug, aber irgendwie nicht. Ich guck gerade, ob ich hier irgendwas machen kann. Ich guck gerade, ob ich hier bin. 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 Das habe ich doch alles schon. Wie gesagt, sag mir mal hier, warum dein Charakter angezogen ist. Weil wegen der Rüstung. Ich guck gerade, ob ich hier bin. 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 Wie weit bist du? Ich guck gerade, ob ich hier bin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020